Vom jungen Winzer Martin Hugel haben wir diesen roten Tischwein zum günstigen Preis. Der Österreicher hat hier einen sehr dunklen Rotwein kreiert, dessen Aromen von schwarzen Johannisbeeren und saftigen dunklen Kirschen am Gaumen entlang rinnen. Meine Empfehlung, reichen Sie diesen Rotwein zu gebratener Hähnchenkeule, geschmortem Kaninchen oder zu leichtem Käse wie Camembert oder einem Brie. Zum Wohl! Untertitelung des ZDF, 2020